Eine wundervolle Zeit, vor allem jetzt auch im Neumond Witter. Ja, Glücksnachfüllstation gleich mal hier drücken, denn heute geht es um die Liebe. Ganzes Video, clarissam.seite, Lichtwegimpulse, Atlantis auf YouTube-Kanal. Und als allererstes, man will es nicht glauben, ich habe gemischt und was kam? Die Liebe. Ja, und der Elefant wollte auch mit, also Ganesha räumt auf und hier geht es durchs Neumond Tor. Wenn Liebe die Antwort ist, wozu noch Fragen stellen? Und da kam die Karte, die sieben, ja Heilung findet statt. Es findet jetzt in allen Liebesangelegenheiten, vor allem auch in dir selbst Heilung statt. Und du darfst deine Masken fallen lassen, sei du selbst so wie du bist, genauso möchtest du geliebt werden. Und jetzt Botschaften aus der geistigen Welt für dieses, wer oder was kommt jetzt in dieser grandiosen Woche Frühlingsbeginn, also Equinox, Neumondwitter und zwei Portaltage, Freitag und Samstag, auf uns zu. Und hier deine Botschaft. Die nehme ich glatt. Der Witter. Ja, du bekommst eine Botschaft, eine Mitteilung, ein Schreiben oder sogar eine Antwort im siebener Jahr. Wir haben hier lauter Siebener wieder, also Bewegung findet statt ohne Ende im siebener Jahr. Und der Neumondwitter als Feuerzeichen sprintet voran durch Schlagskraft direkt in die Herzmitte. Eine Botschaft möchte dich erreichen. Es möchte zu dir fließen. Erkenntnisse oder sogar von einem Lieblings- oder Herzensmenschen oder einem Seelenverwandten möchte jetzt auch aus der geistigen Welt dementsprechend Botschaften und Erkenntnisse auf dich zukommen. Und ich ziehe noch eine zu dieser wundervollen Botschaft. Oh ja, und das ziemlich zügig. Und da findet dann ganz schön Aufregung statt. Denn die Botschafter, die Rotkehlchen aus den himmlischen Reigen sorgen dafür, dass es zügig und zackig vorangeht. Auch wieder die sieben. Und die zwölf im Lennomond ist die wahre Liebe. Also es wird dein Herz vollendst durchdringen und berühren. Ich wünsche dir eine wirklich feine Zeit in dieser grandiosen Mega-Woche. Ja, lass mal es auf uns zukommen, was jetzt aus den himmlischen Reigen an Botschaften zu uns kommen möchte. Und wir werden neu ausgerichtet, darf ich noch mitteilen. Die Sonne als höchstes Glück richtet neu aus, sodass neue Stabilität, neue Wege, neue Ziele und neue Heimaten zu dir finden. Ja, vielleicht auch ein Ortswechsel oder ein Urlaub, dass man nochmal was Neues, einen neuen Input für sich erhält. Und dann geht es ab direkt in die Herzmitte, in den Süden oder in den Norden. Vielleicht betrifft es jemanden. Auf jeden Fall, neue Wege werden jetzt gegangen oder gefahren mit dem Schiff oder mit dem Radl oder dem Motorrad. Ja, wer weiß, was sich so jetzt in dieser Zeit, in den nächsten Monaten tut. Auf jeden Fall in den nächsten vier Wochen darf ich noch mitteilen bis zum nächsten Vollmond beziehungsweise bis zum nächsten Neumond in der Waage, glaube ich. Und dann wissen wir mehr. Namaste. Eine wirklich feine Zeit in diesen wundervollen Mitteilungen wünsche ich dir. Namaste. Claire.